weil ich bekommen vielleicht kann ich es auch einfach spielen weil ich den äh Season Pass habe ich hab ehrlich gesagt ich hab's mir einfach nur geholt ich hab mich wirklich gar nicht informiert ey ich hab gar nicht gesagt dass ich mich nie wieder äh dass ich nie wieder so blöd bin und mir ein Spiel blind kaufen werde tja so kann man sich vertun diese Kurve kann ich mir nicht aber irgendwie kann ich mit der Auto besser fahren habe ich das Gefühl und ich hab das Gefühl es braucht länger bis es auf seiner Endgeschwindigkeit ist und das gefällt mir dann persönlich wieder nicht so gut